Jetzt kommen wir zu einem deutschen Fahrzeug. Ah, ich auch. Jupiter. Ich auch. Und ich sag mal V8. Sechs Reihe. Sechs Reihe. Wisst ihr, was das Geile an diesem Auto ist? Dass du die Karte davon hast. Einmal das. Und dass man das Dach oben abmachen kann. Genau. Und dass es nicht aussieht wie der Ario Speedwagon aus Amerika. Genau. Aber, was noch viel besser ist, das Auto fährt mit wirklich fast einem. Mario Wehner tankt seinen Jupiter. Dieses Fahrzeug hat einen speziellen Motor. Der hat einen Vielstoffmotor. Der kann mit allen Kraftstoffen fahren, die brennen. Der kann mit Salatöl fahren, mit Olivenöl, mit Sonnenblumenöl, mit Kerosin. Selbstverständlich auch mit Dieselkraftstoff. Der Vorteil von Salatöl, es aromatisiert die Verbrennungsgase. Es riecht etwas freundlicher. Und so verbreitet Mario Wehner bei einem Einsatz mit seinem Abschleppwagen einen freundlichen und wohlriechenden Duft von Pommesbude. Magirus Deutz-Jupiter, 6x6 von 1962. Ich habe das Auto bei der Bundeswehr erworben, von der Bundeswehr über die Feebeck bekommen. Wir suchten damals ein größeres Abschleppfahrzeug. Und da hat sich dieses angeboten. Er hat den Vorteil, oder es hat den Vorteil bei den Bergungen, man kann mit diesem Fahrzeug ins Gelände fahren, was man mit den anderen nicht machen kann. Ist beispielsweise einer auf dem Acker, hat sich dort auf dem Acker irgendwo festgefahren, ist es für dieses Fahrzeug ein leichtes, den dort wieder rauszuziehen. Aber auch schweres Gelände liegt im Jupiter. Sein 12,6 Liter großer V8-Motor braucht dann allerdings auch bis zu 40 Liter. Salatöl. Gut gefüllt ist der Magirus Deutz-Jupiter also seit rund 50 Jahren im Einsatz. Und steht, im Gegensatz zu den meisten seiner Altersgenossen, noch lange nicht im Museum. Auch Bäche und seichte Flüsse sind kein Hindernis für einen Magirus Deutz Allradwagen. Hier zeigt sich erst die überragende Qualität des Fahrzeuges. Magirus Deutz, mit luftgekühlten Dieselmotoren, einer der besten Lastkraftwagen aus der ältesten Motorenfabrik der Welt. Das bringt Spaß damit zu fahren, aber es ist eben auch, wenn man länger damit fährt. Wie toll, dass du da Salatöl reinkippen kannst, wenn das Ding fährt. So Freunde, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie. Ich habe jetzt was Deutsches. Bein, ich habe das, was ich ja auch nicht. Und ich habe jetzt das. Was ich wieder? Und ich habe das. Sie ist das? Ich habe das. Ich habe das.